Hallo und willkommen zurück in Parm, wo wir alle natürlich sehnsüchtig aufs Färberfest warten. Aber wir haben ja noch ein paar andere Gespräche. Das ist sie also. Ja, das ist die Wandertrainingshalle. Da werden Erinnerungen wieder wach. Da habe ich gelebt, als ich noch jünger war. Ist das so? Aber ist der Wander-Style nicht ziemlich berühmt im Kaiserreich? Ich hätte mir gedacht, da gibt es bestimmt viele Schüler. Warum musste diese Trainingshalle dann schließen? Naja, die Zeiten ändern sich halt. Hä? Jetzt wo ich drüber nachdenke, die Wander-Familie? Na ja, klingt ja so, als wäre doch noch nicht jemand drin. Ja, vielleicht kenne ich diese Person sogar. Aber das ist... Für eine geschlossene Trainingshalle ist es da drin ziemlich laut. Tut mir leid, aber können wir da mal reinschauen? Ja, natürlich. Ich würde diese Personen, die so enthusiastisch trainieren, gern mal kennenlernen. Ja, eigentlich sollten wir auch die anderen Sachen zuerst machen, bevor wir zur Trainingshalle gehen. Ach genau, in der Kirche sind wir auch noch nicht gewesen. In der Kapelle. Ach, das war aber Pech. Uh, das war ziemlich heftig. Aber die Arbeit... Oh, dann wenn du hier lang kommen würdest. Die scheinen gerade bei was Wichtigem zu sein. Du kannst ja später noch mal vorbeischauen. Okay. Ziemlich tote Hose hier. Vor ein paar Jahren stoppte die Sphero-Energie plötzlich für die gesamte Stadt. Ach, das war in dieser Aktion in Liberl. Das müsste Trails in the Sky gewesen sein. Wir hatten kein Licht, die Fahrzeuge funktionierten nicht, keine Züge, als ob die Welt plötzlich stillstand. Und was noch dazu kam, es gab ganz, ganz viele Panzer, die an der Grenze stationiert waren. Nicht viel später habe ich herausgefunden, das war eine große Krise, die im Süden von uns geschah, in Liberl. Manchmal passieren schreckliche Dinge einfach ganz, ganz plötzlich. Ja, das kann man, glaube ich, nachspielen in Trails in the Sky. Warte mal, war ich in einem privaten Zuhause? Ja, ja, war ich. Gut, dann gehen wir hier mal in den Laden. Ist das ein Textilfachgeschäft? Ja, man kann sich hier auch was schneidern lassen. Und sie verkaufen auch Dinge des täglichen Bedarfs. Also mehr so eine Art Gemeinenladen. Also, ja, wie nennt man es? Ein Supermarkt gibt es damals ja noch nicht. Aber irgendwas sowas in der Richtung. Ah, willkommen. Ich wusste ja gar nicht, dass du zurück bist. Oh, hallo Kurt. Das ist ja ewig her. Ich bin froh, dass, nachdem du in die Hauptstadt gegangen bist, du immer noch hier ab und zu mal herkommst. Na ja, es gibt ja noch die Trainingshalle hier. Ich habe mich gefragt, ist hier in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches vorgefallen? Inwiefern ungewöhnlich? Na ja. Ja, genauer gesagt. Oh, was war es? Was war es? Na ja, ähm, ein gewissermaßen gefährlicher Ingenieurslehrling lebt jetzt bei uns. Sie, ähm, hilft anderen Leuten. Und als sie das erste Mal eingetroffen ist, da ist sie vor Hunger fast kollabiert. Ja, das war überraschend. Als wir uns um sie gekümmert haben, ähm, hat der Luhm ihre Aufmerksamkeit errichtet, was ist jetzt mit Luhm gemeint? Ähm, auf jeden Fall hat sie das Teil repariert. Ich verstehe. Sie scheint mir eine interessante Person zu sein. Hm. Und sie sagte, dass sie was Interessantes gesehen hat. Ja, was war es noch? Sie sagte, sie hat es auf der Landstraße gesehen. Ja, jetzt bin ich aber neugierig. Und wo ist diese Ingenieurin jetzt? Sie sollte irgendwo umherlaufen und Dinge reparieren. Sie sagte, sie wäre morgens in der Kirche. Vielleicht ist sie immer noch da. Wir sollten mal die Kirche besuchen. Danke für die Hilfe. Ja, mach dir deswegen keine Sorgen. Wenn ihr später nochmal Zeit habt, kommt gerne wieder vorbei. Scheint ja wohl wichtig zu sein, wenn sie beide mal sagen, geht in die Kirche, geht in die Kirche, geht los in die Kirche. Okay, eine Zeitung haben wir schon. Zutaten will ich jetzt keine kaufen. Ja, die Kleidung ist sicherlich auch ganz nett, aber wir haben immer noch zu wenig Geld. Gut, dann gehen wir nochmal in die Herberge. Ich bin eigentlich aus Lieberl. Ähm, ich bin ein recht bekannter Verkäufer von Zutaten. Lieberl und das Kaiserreich waren ja mal im Krieg, aber das war vor 14 Jahren. Seit dieser Zeit haben sich die Beziehungen deutlich verbessert und deshalb dachte ich, dass ich mein Operationsgebiet erweitern kann. Dieses Land hat einfach jede Menge interessante Zutaten. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich wieder in Geschäftsverhandlungen trete. Ach, sag mal, bist du nicht... Ja, lange nicht gesehen, Bertrand. Kurt, welche Überraschung. Ich habe diese seltsamen Uniformen gesehen, deshalb dachte ich, wir sind noch mehr Bekloppte eingetroffen. Naja, ich bin jetzt hier in der Militärakademie und das sind unsere Uniformen. Aber du sagst es mehr? Wo sind die anderen? Naja, die waren nicht so komisch, aber diese beiden Mädels hätten gar nicht anders aussehen können. Eine war gekleidet wie eine, ja, altmodische Dame und die andere hat nur komplett schwarzes Leder getragen. Schwarzes Leder, das klingt nach, ähm, Angelika. Das ist ein ziemlicher Kontrast. Warte mal, schwarzes Leder? War nicht die Rothaarige, die wir getroffen haben, so gekleidet? Achso, genau, es ging gar nicht um unsere Klassenkameraden. Es ging jetzt hier um Duvali und ihre Rothaarige Beleiterin. Okay, ähm, da die Rothaarige fast gar nichts anhatte, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass sie ganz in Leder gekleidet war. Ich bin ziemlich sicher, das ist dieselbe Person. Ich glaube nicht, dass so viele Leute derartig rumreisen. Naja, wenn jetzt einer sagt, er ist komplett in Leder gekleidet, wäre ich jetzt nicht auf das Outfit der Rothaarige gekommen, ehrlich gesagt. Sondern hätte eher an so eine Motorradfahrerkluft, wie Angelika sie trägt, gedacht. Aber gut. Oder vielleicht an, ja, sowas wie, wie, wie ein Reiter trägt oder so. Also Lederjacke und Lederhose, sowas in der Richtung. Aber vielleicht war sie ja auch in Palm. Ausbilder? Oh nein, nein, ich muss, ich glaube einfach nur, wir müssen vorsichtig sein. Wir haben ja noch die Information von Vivi. Ja, das stimmt. Das ging um seltsame, umherziehende Fremde. Was ist los mit euch? Ach, keine große Sache. Ich bin Ausbilder und wenn du noch mal irgendwas Merkwürdiges siehst, gib mir einfach Bescheid. Alles klar, natürlich. Dann kümmere dich gut um Kurt. Okay, wir können noch mal wieder ein Rezept kaufen. Ein Eintopf. Ein herzhaften, weißen Eintopf. Dieses Zugunglück hat mich total überrascht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass überhaupt sowas passiert ist. Von Palm aus gesehen, kann man nach Osten gehen und erreicht dann Kreuzen oder nach Süden, um Liebel zu erreichen. Wir haben also ziemlich viele Reisende hier. Ich hörte, der Zug funktioniert wieder. Aber der Fahrplan ist natürlich hinüber. Ich hoffe, es gibt nicht noch weitere Effekte. Nein, nicht Rest. Nein, nicht Rest. Okay, hier gibt es tatsächlich nur was zu essen. Aber wie sollte es auch anders sein in so einer Herberge. Aber der verkauft hier schon eine Menge Kram. Niemand da. Was heißt, niemand da? Es kann theoretisch noch irgendwo ein Bücherregal da sein oder so. Okay, Bücherregale waren auch da, aber nichts, was wir hätten lesen können. Gut, ich bin am überlegen, jetzt ruhig nochmal eben nach Dings zu reiten, nach St. Arc. Für die Nebenquests brauchen wir noch eine bestimmte Zutat. Und bevor es nachher irgendwann zu spät ist, bevor ich jetzt hier die ganzen roten Ausrufezeichen mache, Dachte ich, reiten wir nochmal eben nach St. Arc. Und zwar wieder Blitz. Auf der Straße sind ja auch keine Monster, das ist ganz praktisch. Also wir brauchen ja einen großen Laden und in St. Arc gab es ja dieses Kaufhaus, kann man ja sagen. Mit den verschiedenen Abteilungen. Vielleicht kann man da diese Zutat kaufen, wie auch immer sie hieß. Sie hieß... Ja! Nee, ja hieß sie nicht. Sondern... Irgendwas mit Regenbogen. Obwohl das Pferd schön schnell ist, dauert es doch eine Weile. Ein bisschen unruhig bin ich halt, weil wenn wir jetzt schon mal nach Palm zurückgeschickt werden, ob sich dann nochmal wieder was verändert hat hier. Ob ich nochmal mit allen reden muss. Nein, aber ihr beiden standet da, die Frau war da. Also da hat sich, meine ich, nichts geändert. Aber hier gibt es... ... ... ... ... ... ... ... ob sie hier vielleicht Regenbogen-Rubias finden könnten. Regenbogen-Rubias, ja, das haben wir. Aber da fragen nicht viele Kunden nach, deshalb sieht man sie nicht mehr im Regal. Manchmal kommen Kunden rein, die das für medizinische Zwecke brauchen. Oh, ich verstehe. Es kann das Fieber reduzieren und Blutungen stoppen. Es ist ein althergebrachtes Heilmittel. Oh, ich verstehe. Ich bin überrascht, dass du das alles weißt, Ausbilder. Haha. Bitte warte einen Augenblick. Ich bringe euch sofort was davon vorbei. Ja, für 100 Mira. Okay. Ich gehe nur einmal ganz kurz durch die Stadtbezirke und schaue, ob hier noch irgendwas grün angezeigt wird. Und da sich an der Positionierung der Charaktere hier nichts verändert hat, gehe ich nicht davon aus, dass wir, dass uns hier neue Gespräche erwarten. Aber man kann ja einmal ganz kurz gucken. Na ja, dann gehe ich davon aus, dass hier nichts ist. Und dann reiten wir zurück. Falsch. Ach ja genau, ich hatte ja noch das eine Monster vergessen. Wo ich noch gesagt habe, unser Charge, also wir haben kein R2, um den Kampf zu starten. Hm, hm, hm. All right, let's go. Time to ride. Yeah! So, wo war das Viech? Ich bin mir nicht sicher. Also hinter der Brücke auf jeden Fall. Und dann eher rechts. Da hinten war das erste Viech. Und ich meine, es gab dann noch eins. Aber bevor wir das machen, muss ich hier nochmal eben einmal unser Charge aufladen. Okay. Und gegen die Gegner kämpfen, die uns gerade überrascht haben. Und wir sind leicht verletzt. Gar keine CP. Nemesis Arrow. Achso. Dauert recht lange. Haben wir auch noch Heilung? Dann solltest du... Marien heilen. Ja, Call Ella. Das kannst du ruhig machen. So, du müsstest jetzt was mit dem Piet machen. Was gar nicht so einfach ist. Oh, Call Ella ist hier an die Seite. Das ist aber fies. Gemini Blast. Ah, dieser Crit da hinten, der stört. Na ja, guck mal mal. Ah, jetzt hat Kurt den Crit. Das ist ja schön. Oh, und er hat keine Craft. Ey, ich werde wahnsinnig. Ich muss mal eben die Damage Reduction einschalten. Forma! Iron Will Formation! Let's go! Check! There! It's mine! Tja, was machen wir hier? Normal Angriff, wie es aussieht. Hm. Das gefällt mir alles nicht hier. Now. Auch, dass ich hier nur zwei erwische. Ah, wenigstens das. There! Instructorin! Leave it to me! Yeah! It's my turn! You can't escape! Fire! Let's go! Yeah! My turn! Ähm. Ja, mach ruhig. Check! Ah! Now. Der Crit ist blöd. I'll support Arjim Hio. Thank you. Der ganze Kampf ist blöd. Lass uns! Geh zurück! Jetzt! Ich werde das. Lass uns! Vielleicht kriegen wir wenigstens einen Break hin. My turn! You can't escape! Fire! Our chance! Kurt! I got it! I'm up! Arcus, activate! Very well! Yeah! There! It's mine! Yeah! I appreciate it! I shall go! Warum haben die wieder so viele Hitpoints? Heilen die sich immer dauernd? I'll support! Arjim heal! Thanks! It's my turn! You can't escape! Fire! I'm up! Let's go! So, wenn der jetzt nicht noch mal Call Allies macht, dann war's das jetzt auch gleich. Nee! Ey, das ist nicht dein Ernst! Wie kannst du so viel Schaden machen? Ah! Jetzt ist Rien auf null CP! Ja! Dann halt! Irgendjemand kann doch heilen, ne? Okay! Und ich habe noch nicht mal genug Charge aufgesammelt. Ah, ich will kein Pferd. Immer noch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, welches blöde Viech ich... Ah, da hinten. Doch, ich weiß es noch. Das Viech wollte ich gerne umlatzen. Ich hoffe, ich finde hier noch was, um Charge aufzuladen. Nö. Hier hinten vielleicht. Nö. Ach, weißt du was? So. Was? Ich habe gar nicht gesehen. Wo waren da Gegner? Oh, Nerv. Aber nur so klein viel. I'm up. Ah My turn It's down It's mine Activate fire It's my turn It's my turn Nice We did it Oh Link Level Gerade Kurt und Jonah Ja, das bringt mir leider kein Charge Ich muss mal eben eine Sache hier zerdeppern Wenn ich denn was finde Da Und jetzt bitte nicht wieder diese Heuschrecke ankommen So, danke Man muss ja auch mal bedenken Ich habe keinen Cent bisher in Ausrüstung gesteckt Weder Waffen noch Rüstung So und da ist eine Truhe Achso, hier wäre auch was zum Zittern gewesen So Ja, natürlich ist er stark Unbalanced Ganz gut Hier wäre Impede und Burn Hmm Dann mach mal so Dann bleiben wir wenigstens so stehen Oh, Dreimal Break Fantastisch It's my turn It's my turn You can't escape Fire Our chance Kurt I got it Very well There It's down It's mine Oh, Gale Das ist sehr schön Second form Gale It's down I'll assist Here I go You can't escape Fire Now Oh, sehr gut Da hat man direkt die neue Linkfähigkeit von Juna gesehen Hmm It's my turn Yeah I shall go Diese Heilfähigkeit von Altina bringt gar nicht so viel It's my turn All right Not today My turn Aber besser als nichts, ne? All support Arjen Thanks Thanks I'm up It's my turn Let's go Yeah There Let's go It's down I'll assist This is the end Was my support helpful? Yeah Thanks As always Ja, ordentlich auch Septid hier zusammengekommen, sehr schön All right Got it Yeah, I did it I must train even more Das war ja quasi die zweite Zutat 50 Septid von jeder Sorte Oh, acht Köder, sehr schön Gut, prima, dann kommen wir jetzt nach Palm Und mal in der Kirche vorbeischauen Und mal in der Kirche vorbeischauen Okay So sieht also die Kapelle in Palm aus Ja, sie müsste ungefähr genauso groß sein wie die in Leaves Und dennoch fühlt es sich kleiner an Naja, wahrscheinlich weil wir gerade erst in dieser enormen Kathedrale von St. Art waren Wenn wir nach dem Schneider gehen Dann ist die Person, die wir suchen, hier Hm Kennen wir uns? Alles klar, ich hab sie ausgetauscht Das sollte jetzt eine Weile passen Ach herrje, vielen Dank Du bist sehr begabt, dass du das so schnell hinbekommen hast So eine Glühbirne wechseln Naja, eigentlich nicht Was ich sagen wollte, ja, natürlich hast du recht Ah, Mint, bist du das? Oh, Mint hätte ich jetzt nicht wiedererkannt Natürlich kennen wir Mint, aber nicht so Vor allen Dingen Viele Leute wirken ja so Als wären sie älter geworden Was ja auch so sein soll Und Mint wirkt so, als wäre sie jünger geworden Ja, direkt aufs Steißbein gefallen Geht's dir gut? Ja, tollpatschig wie eh und je Kennst du sie? Ja, sie ist eine meiner Klassenkameradinnen Wir waren aber in unterschiedlichen Klassen Ich hätte hier am allerwenigsten damit gerechnet Auf dich zu treffen Schön dich wiederzusehen, Mint Hey, das ist meine Zeile Ich bin so glücklich, dich wiederzusehen Das sind also deine Schüler, was? Sie sehen ja nicht allzu schäbig aus Ich drücke euch die Daumen Als ehemaliger Student von Thors Also, weiterhin Vollgas geben Ja, danke Noch ein Absolvent von Thors Aber ich bin ihr niemals zuvor begegnet Tja, wie soll ich's jetzt ausdrücken? Du hast ziemlich viele Verbindungen Ja, und ich bin dankbar dafür Aber wie dem auch sei Deine Technikerausbildung scheint dir ganz gut zu laufen Du besuchst ja dann unterschiedliche Fabriken und Handwerker In ganz Erebonia, oder? Ja, exaktement Ich bin gerade erst hier eingetroffen In Sutherland Ach ja, Irene, hast du es gesehen? All diese Webstühle, die sie hier verwenden? Sie werden alle durch die Wassermühlen angetrieben Ich könnte eine Menge davon lernen Ja, du hast dich also ganz gut in dein neues Gebiet eingelebt Übrigens, ich habe vorhin etwas von jemandem im Geschäft gehört Du bist diejenige gewesen, die etwas Seltsames gesehen hat, oder? Was? Achso, du meinst diese eine Sache Ja, ich habe auf jeden Fall was Seltsames gesehen Ja, alles klar Kannst du uns da ein paar mehr Details geben? Wir sind ja gerade bei Mitten in einer Untersuchung Ach, ich verstehe Also, was hast du gesehen und wo? Ja, da war so dieser Ort Der nennt sich alte Agriastraße Östlich von hier Ich habe es gesehen, als ich eine der Spherolampen austauschen wollte Da waren drei Schatten, die ich nie zuvor gesehen habe Und die flogen zum Plateau Flogen? Waren das Archaismen? Ich bin sicher, du hast ein oder zwei Archaismen während des Bürgerkriegs gesehen Hm, da bin ich nicht sicher Sie waren ziemlich weit weg Es war also echt schwer zu sagen Und da ich sie angestarrt habe Habe ich dann auch noch dummerweise die Teile fallen lassen Die ich in der Hand hatte Und bekam Panik Ich verstehe Ich muss also bald zur Sphero-Fabrik zurück Also, wir sehen uns dann, Rien Danke, Mint Du warst eine große Hilfe Viel Glück bei deinem Training Ja, ihr auch Falls ihr noch was braucht Besucht mich gerne in der Sphero-Fabrik Und was hältst du davon? Mysteriöse fliegende Schatten Da fällt mir als erstes Clamp Soleil ein Ähm, wenn es drei waren Dann ist es unwahrscheinlich, dass es Kampfhülsen waren Ich habe auch keine Nachricht bekommen, dass Milium hier gewesen wäre Ja, die Schatten sind wahrscheinlich was anderes gewesen Ja, aber ich bin nicht sicher, was hier läuft Aber wir haben einen guten Hinweis Ja, wir sollten auf jeden Fall uns diese alte Agria-Straße mal ansehen Dann machen wir das auch Und zwar jetzt als nächstes Äh, weil wir müssen da ja auch noch die dritte Zutat besorgen Für diese Für den Manager hier Übrigens diese ganzen Und ich weiß gar nicht, ob ihr es hört Es kann auch mein Kopfhörer sein, der gerade so rumzappelt Die Musik hatte halt gerade so ein paar Aussetzer Nee, Palm By Road will ich eigentlich gar nicht Hä? Ich bin nur mal neugierig, ob wir da hingehen dürften Nein, nein, das geht hier zur Palm By Road Da dürfen wir nicht ungeduldig sein Das geht jetzt noch nicht Finde ich aber gut, dass man dann hier eine klare Linie hat Wo man langgehen soll Nein, wir sollen uns erst in der Stadt umhören Bevor wir auf die alte Agria-Straße gehen Okay, also werden da Traininghalle Trainingshalle Von denen kommt mir keiner bekannt vor So, auf geht's Komm schon Deine Deckung ist komplett offen Wow, das ist das erste Mal in der Trainingshalle Und es sind nicht zu viele Schüler hier Aber sie sind sehr konzentriert Ja, es steckt beinahe an Was läuft denn hier? Bei Aidios, wenn das nicht Meister Kurt ist Schön, dich wiederzusehen, Walton Hast du, ist es dir gut gegangen? Gut ergangen? Und du weißt ja schon, du kannst mich einfach Kurt nennen Ja, natürlich Äh, achte gar nicht auf mich Aber ich hab dich gar nicht mehr gesehen, seitdem wir in der Hauptstadt waren Wann bist du hier eingetroffen? Äh, ich hätte dich, ähm Am, am Stadteingang empfangen, wenn ich's gewusst hätte Oh, ich bin nur wegen meiner Studien hier Ach, tatsächlich Gilt das auch für deine Freunde? Entschuldige mich, ich hätte mich vorher, äh, vorstellen sollen Ah, Exkursionen, mhm Und wir sind halt einer eurer Aufenthalte Also, äh Wie kommt es, dass ihr das Glück hattet Dass gerade der Aschfahle Ritter euer Ausbilder ist? Und, äh Nicht der Rede wert Oder um nicht noch zu erwähnen Dass auch diese schönen jungen Damen Deine Klassenkameradinnen sind Ach, hör auf damit So schön sind wir auch wieder nicht Ich glaube, er wollte einfach nur höflich sein Komm schon, Ellie Lass ein Mädchen nochmal träumen Ja, es ist eine Ehre Die Lehren der Vendor School Mal mit eigenen Augen zu sehen Walton Äh, Walton Kann ich, äh, kann ich mal fragen Was geschehen ist Ich dachte Äh, diese Schule wäre jetzt Ende des Jahres geschlossen worden Ja, ist sie auch Aber sie wurde wieder eröffnet Für begrenzte Zeit Letzte Woche Meister Matthäus Hat einen temporären Ausbilder Angeschleppt Ach, wirklich wen? Jemand, den ich kenne? Ja, den kennst du mit Sicherheit Ähm, aber sie ist gerade nicht da Sie ist jung Aber ihre Fähigkeit mit der Klinge Ist unglaublich Ähm, dieser Ort hier Vergammelt Von innen nach außen Seitdem die Türen geschlossen sind Aber sie hat Ihm neuen Neues Leben eingehaucht Ja, sie muss ja Ein ganz guter Ausbilder sein Ja, wer kann das wohl sein? Also ich tippe mal auf blaue Haare Wollten Äh, meinst du Wir könnten Kurt Seit wann bist du hier? Schau mal Kurt Du bist ja ganz groß geworden Ach, hallo Raffi Hallo Katja Schön euch wiederzusehen Ähm Kurt verbrachte ein wenig Zeit Mit vertrauten Gesichtern Aus seiner Kindheit Nachdem ihm etwas zu trinken Angeboten wurde Verabschiedete er sich Und ähm Sie konnten ihr Training Wieder aufnehmen Sie haben so viel Energie Naja, ich bin sicher Sie sind ganz Äh Aufgeregt Dass sie das jetzt Nach so langer Pause Wieder aufnehmen können Ähm Schön Dass sich die Sachen Wieder verbessern Ja, ich bin auch Sehr erleichtert Aber ich habe noch Vergesst zu fragen Wer eigentlich Die temporäre Ausbilderin ist Naja Das können wir Immer noch mal Wieder nachschauen Wenn sie wieder Zurück ist Wir haben ja noch Jede Menge Arbeit In der Zwischenzeit Das stimmt allerdings Ähm Ich wollte uns auch Nicht von unserer Arbeit Abhalten Also auf geht's Ja, ich bin schon Ganz heiß drauf Alles klar Ich glaube Wir haben uns hier Genug umgetan Wir haben nützliche Informationen gesammelt Wie wollt ihr jetzt Weitermachen? Naja Was am meisten Heraussticht Ist ja das Was Mint uns Erzählt hat Ja Diese drei fliegenden Schatten Die Wahrscheinlichkeit Ist hoch Dass sie unsere Ziele Sind Ja Alte Agriastraße Dann Also östlich der Stadt Ähm Da gehen nur Wenige Leute lang Also haben wir Uns Für unsere Für unser nächstes Untersuchungsgebiet Entschieden Ja Ich hab da keine Einwände Allerdings Weiß ich nicht Was auf uns Da draußen wartet Übrigens Ist die Erklärung Dafür Dass wir Die Sachen Hier so Nacheinander machen Ja im Prinzip Die Dass die Schüler Ja entscheiden Es ist ja nicht Rien der entscheidet Wo wir zuerst Land gehen Sondern die Schüler Und dementsprechend Muss Rien Dem Folge leisten Äh Wir sehen mal zu Dass wir besser gut Vorbereitet sind Bevor wir Rausgehen Ja natürlich Genau Und gute Vorbereitung Heißt zum Beispiel Quarz ausrüsten Wo Rien Wo Rien doch noch Hier einen Slot frei hat Warte mal Kann Äh Es So So Hier Nightmare Wieder rein Und hier jetzt Was anderes Rein Ähm Das wäre eine Möglichkeit Das ist Aquablid Ich glaube ich bleib mal bei dem Needle shot Hier hat man auch noch einen Aufgemacht Hier hast du schon So gedacht Du hast auch noch mal Nightmare Und Speedbreaker Mache ich mal Nightmare Wenn die Gegner einschlafen Ist immer super So hier haben wir noch Silber Was wir öffnen könnten Wenn wir genügend Silber haben Das weiß ich jetzt gar nicht Was wir noch so an Septit haben Ja ähm Rüstung und Waffen will ich jetzt Natürlich nicht kaufen Aber ich gehe halt noch mal In die Sphero Fabrik Ja wir waren da schon Angeln Kurt Jetzt nicht schon wieder Ich weiß Vorhin durfte Altina angeln Aber Komm schon Mint Wie lange brauchst du denn Dafür um ein paar Sphero Lichter auszutauschen Ja ich hab mich Eventuell ein klein bisschen Verlaufen Da war dann so ein riesiges Tor und ich musste Die Soldaten nach der Richtung fragen Ach sag mal Sie war bestimmt An der Grenze Zuliebe Du redest nicht etwa Von Titus Gate Das ist mehr als Nur ein bisschen verlaufen Seid ihr alle auf Spezialmissionen Naja viel Glück Ich feuere euch an Ja Silber haben wir nicht genug Schade Da ist hier nichts zu machen Ich kann aber gucken Achso gibt es hier noch Einen schönen Quarz Den wir kaufen können So einen grünen vielleicht Ah ne 4% Evasion Das ist auch nicht mehr Das was Evasion mal warf Ich versuche mit dem Klar zu kommen Was ich gerade habe Wir werden ja auch noch Ein paar Quarze looten Denke ich Ja Legram Da geht es auch hin Also ist Palm Gar nicht so weit Von Legram weg Wir beginnen jetzt Die Untersuchung Der alten Straße Mint sagte Dass sie die Schatten Auf das Plateau Hat fliegen sehen Ja ich glaube Es war ein bisschen Weiter hinten links Wir müssen unsere eigenen Unsere Augen Geöffnet halten Und wir müssen Charge aufladen Boah Flatter nicht so viel Dreh dich um Dreh dich um Meine Güte ey So CP sieht gar nicht Schlecht aus Wollen wir dir denn alle her Emperor Sparrow Also Kaiserspatz Jo das war's Tut mir leid Rain Dass ich dich nicht Habe aussprechen lassen Ach guck mal Hier Ist die Zutat Die wir noch brauchen Eine Hydra Hilfe Ja du hast ja gar nichts Drauf und du Vielleicht Was weiß ich nicht Eingeschlafen Guck mal an Und verwirrt Ja dann Hauen wir auf den Wenn die Eule Oder der Spatz Verwirrt ist Da kommen wir übrigens Auch zu der Frage Was macht ein Drei Meter Großer Spatz Auf dem Baum Cheap Cheap It's my turn My turn So mal sehen ob wir das Kraut Jetzt zu finden Hier sind die Lösssteine Auf der alten Agria Straße Ja lass uns direkt mal welche einsammeln Sie scheinen sehr selten zu sein Also sollten wir nur so viel davon nehmen Wie wir brauchen Ja wissen wir Okay jetzt haben wir Lösssteine Und die Regenbogen Rubias Jetzt brauchen wir nur noch 50 Septit Von jedem Basis Element Das können wir wahrscheinlich Auf unserem Weg nach Palm sammeln Alles klar Gehen wir zu Rosi zurück Ja machen wir das auch direkt Ich meine das Fisch Würde ich schon auch gerne eben umhauen Wenn es mal in die richtige Richtung gucken würde Glück gehabt Die Chance zu attack Die Chance zu attack You can't escape Fire It's my turn Second form Gale My turn Strike My turn Okay die Hydra ist aber halb so wild glaube ich Ja vergiftet ein bisschen Aber irgendwas ist ja immer So Das ist besser There Let's go Now I'm up Sit It's down I'll assist Was my support helpful Ja So Da ist nämlich noch eine Truhe Ah Treasure chest Ah Yeah Das war's für heute. So, wir haben die Sachen zusammen. Sollen wir sie Reggie geben? Oh, habt ihr alles bekommen? Ja, es ist alles direkt hier. Das ist genau das, was ich brauchte. Danke, Leute. Jetzt kann ich endlich mit dem Färben beginnen. Ja, es freut mich, dass wir helfen konnten. Wie lange wird es dauern? Ja, ich würde es gerne sehen. Naja, ich biege jetzt auf die Zielgerade ein. Es wird fünf Stunden dauern, um das Septit zu zermahlen. Dann koche ich den Lössstein und Regenbogenrubia für acht Stunden. Dann lasse ich es für drei Tage abkühlen. Und wow, das ist ganz schön lang. Naja, es ist halt die traditionelle Methode in Palm. Aber man sagt halt, die Farbe aus Palm ist lebendig und verblasst nicht. Ja, ganz genau. Ich bin jetzt ja noch kein Färber, aber ich will meine ersten Schritte gehen, um ein Handwerker zu werden in dem diesjährigen Frühlingsfest. Ja, viel Glück. Wir drücken dir die Daumen. Ja, und wir kommen später mal zurück, um es uns anzusehen. Alles klar. Danke, Leute. Ich gebe mein Bestes. Ja, das dauert dann ja noch vier Tage, bis er fertig ist. Bis dahin sind wir lange weg. So, dann... Juna, bleibt mal eben kurz so stehen, ja? Es ist nichts Schlimmes. Nein, nein. Tja, ist es Alisa? Nein, es ist Juna. Tja, was machen wir mit dem angebrochenen Tag? Ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein paar langweilige Kämpfer. Also es wird jetzt nichts Aufregendes mehr passieren. Ähm, ich gehe nur die Straße lang, kämpfe ein bisschen und dann... Und angel noch eine Runde. Genau, das machen wir noch. Achso, hier ist natürlich schlecht mit... Juna. Hier nehme ich lieber Altina. Es ist so schön hier. Ich erwartet, dass die Runde aus dem Zivilen Krieg sind. Kreuzern-Refuge haben diesen Weg benutzt. Es war nicht ein leckeres Zeit, um ein Bürger zu sein, um sicher zu sein. Ich hoffe, Laura und Jussis sind gut. Ja, nicht nur die, sondern die anderen hoffentlich auch. So, sorry, ich habe gerade ein kleines Problem mit meinem Kopfhörer. So, jetzt kommen wir mal hier. Ja, das schreit doch nicht so. Achso, Blur. Eine bessere Variante. Braucht keiner, ne? Was macht denn das nochmal? Das... Speed plus 3, das ist natürlich schon schön. Statt 55, dann... 58, ja. Ein bisschen Stärke weniger. Hm, hm, hm. Ne, ich behalte Nightmare. So, und angeln. Ein neuer Fisch. Wie sieht der denn aus? Ein grüner Arovaner. Windseptitis, das ist das, was wir am meisten haben. Komm, Kurt, weil du vorhin angeln wolltest, darfst du jetzt auch mal. Kurt, üb doch mal. Naja, das war auch nicht so richtig gut. Das ist wieder ein Karpfen, ne? Geht so. Das nochmal. Das nochmal. Gott, one. Feels like a big one. So, das reicht. Es scheint auch hier wieder so zu sein, dass wir an einem neuen Angelplatz erstmal auch den neuen Fisch angeln, den es hier gibt. So, dann schauen wir hier oben mal. Ganz schön groß hier noch. Also, ich sehe hier keine Truhe oder irgendwas. Ich muss aber auf Nummer sicher gehen. Ich sehe hier oben. Ich will gehen. Da! Es ist mein Geil! Alles klar, schönes Arbeit! Da! Hier! Hier ist ne Truhe. Ja! Ein Öffnung! Zweite Form? Gail! Jetzt! Los geht's, Altina! Ja! Es ist mein Geil! Sehr gut! Ja! Es ist mein Geil! Es ist mein Geil! Ja! Es ist mein Geil! Ich bin doof! Ich wollte eigentlich eher zwei drücken! Egal! Es ist mein Geil! 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 Ich unterstütze! Es ist mein Geil! Arjim Heal! Danke! 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 Es ist mein Geil! Es ist mein Geil! Ich bin auf! Es ist mein Geil! Es ist mein Geil! Hier sind wir gewesen! Da sind wir gewesen! Jetzt haben wir alles! Es fehlt nur noch die Pflichtveranstaltung! Und da sollte ich vielleicht vorher mal heilen! Und das machen wir dann in der nächsten Folge! Wieder wahrscheinlich irgendwelche Archaismen! Also bis morgen! Dann macht's gut! Tschüss!